Hallo meine Poké-Freunde! Poké-Landons! So irgendein random Spiel! Ja, das habe ich letztens so auf Steam gefunden. Hab herausgefunden, das war eigentlich ein Mobile-Game. Und das gibt's jetzt auch auf Steam seit längerem. Das nennt sich Suzy Cube! Ja, Suzy Cube! Wir spielen zu 100% schätze ich mal. Ich weiß nicht, ob das schwer ist oder einfach ist, das Spiel. Und das Spiel soll so sein wie Super Mario 3D World. Also auf der Wii oder das, was wahrscheinlich irgendwann auf der Switch gepostet wird, wie alle anderen Spiele. Also es basiert darauf, aber halt mit Cubes und all dem und mit Suzy und was auch immer. Ich habe ein wenig hier die Einstellung eingestellt schon. Und ja, ich hoffe ihr habt Spaß, während ich das Spiel spiele. Ich spiele Spline. Ich kenne nur das erste Level und ein wenig vom Trailer halt. Ja, ich kenne nicht mal die Story. Ja, ich habe ein wenig gespielt, aber ich habe nicht mal irgendwas gemacht. Ich habe nur kurz Sound getestet und so. Bin ein paar Mal gestorben. Das Sound sollte ganz gut sein, schätze ich mal. Und ja, wie soll ich sagen, fangen wir an. Das wäre, schätze ich mal sechs Folgen oder so. Dauern nicht lange. Ich bin mir aber nicht sicher, wie lange. Vielleicht auch mehr als sechs Folgen. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich schätze mal nur so, weil das glaube ich ein kurzes Spiel wäre mal. Wir fangen an. Bitte Story. Was ist denn die Story überhaupt? Einem weit entfernten Land, in einer weit entfernten Welt, wurde eine Burg ausgeraubt. Und das hier sind wir. Das ist Suzy. Suzy, wir brauchen Hilfe. Wo ist Batman, wenn man ihn braucht? Ja, wir haben Suzy. Besser. Seid nämlich irgendwie voller Mancrops hier. König und Königin. Was ist denn passiert? Die Bokoblins haben unser Gold geklaut. Oh nein. So, Suzy. Schnapp dir die Räuber. Und das war die Geschichte, glaube ich. Ja, das war die Geschichte. Okay, cool. Und dann geht's los mit dem Spiel. Wee. Und, äh, ja. Ich steuere mit WASD und mit, äh, letztes springe ich. Das ist jetzt in meinem Fall zumindest. Wee, man kann sogar sprinten. Und hier gibt's sogar ein paar Coins. Yay. Das wird alles hier, by the way, in 60 FPS gerendert, weil ich das jetzt auch kann. Yeah, bin ich nicht cool. Was ist das eigentlich hier? Okay. Also, das ist nicht so ein Löwenzahn-Ding. Du wirst schon, was ich meine. Bam. LOL. Das ist ein Power-Up. Jetzt sind wir in so einem Postbote, Alter. Geil. Jetzt sind wir in so einem Postbote. Lasst mich, okay. Ich hab mein Spaß an irgendwelchen Spielen, für die ich 6 Euro rausgegeben habe, glaube ich. War das? Das habe ich auch mal in einem Cell gekauft. Ich weiß es nicht mehr. Hier gibt's ein paar Coins. Okay, nice. Da gibt's auch noch was. Was gibt's denn hier? Oh, ja, ja, komm. Nichts! Boah, schade. Das war so schwer zu erreichen, dann gibt's da nichts. Ey, was ist denn das für ein Müll? Schlechtes Spielspaß. Das ist genauso blind für mich wie für euch. Aber ja, falls ihr 3D-World-Markt mögt und Pixel-Grafik, Cube-Grafik wie Minecraft mögt, dann schätze ich mal, ist das ein gutes Spiel. Wir werden mal sehen. So, das sind die Gumbas anscheinend von diesem Spiel. Oh, lol. Was ist denn das? Ah, das ist ein One-Up! Ach, lol. Das ist ein One-Up. Bam. Man kann die Shiny hier oben werfen. Dann kriegst man Coins. Das weiß ich noch. Bam. Bam. Okay. Ist nichts? Okay. Hopp! Woher, wie schaut man gar nicht? Gibt's Coins? Hier noch was? Nö. Okay. Coins, Coins. 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 Was machst du? Ach, das sind diese... Boah, boah, boxen? Challenge-boxen? Boah, 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 boah. Okay, nice. Ja, wir werden alle grünen Sterne, bis jetzt in dem Spiel Blau-Sterne sammeln. Das hier ist ein Checkpoint, soweit ich weiß. Ja, okay, kriegen wir ja keine Coin. Bam. Was gibt's hier? Oh, das war nochmal ein Power-Up, aber da wir es schon haben, fünf Coins. Okay, cool. Gibt's hier noch irgendwas? Oh, nee, da unten stirbt man einfach nur. Wenn man aus der Welt fällt, dann stirbt man einfach. Mike fiel aus der Welt. Hi, Vogel. Oh, danke für die Kommentare. Und ich hab herausgefunden, ich hab das erste, wie gesagt, schon gespielt, ich kenn das. Aber ich kenn halt auch nicht die ganzen Secrets und so, aber da hinten, das kann ich sagen, das ist das Ziel, das Blaue, das erleuchtet. Und darüber sieht man auch noch was anderes leuchten. Das ist das letzte Stern. Und da links gibt's auch nochmal so eine Welt oder sowas. Keine Ahnung. Interessant, interessant. Ich werde auch versuchen, so schnell wie möglich durch das Spiel zu kommen. Okay, die haben jetzt aus irgendeinem Grund Stacheln auf den Kopf. Und ich kann trotzdem auf die drauspringen, auch wenn ich eigentlich auf die Stacheln springen würde. Gibt's da was? Ich hoffe nicht. Sieht nicht so aus. Trampolin. Ah ja, und das wollte ich auch noch rausprobieren, weil ich hab da diesen Stein gesehen. Kann ich den nicht eigentlich? Wie gesagt, ich kenn das erste Level halt schon. Komm, kann ich jetzt nicht das hier? Hä, nein? Nicht? Ich dachte, ich könnte das geboten machen, irgendwie. Boah. Vielleicht brauchen wir dafür einen Power-Up oder so. Vielleicht so einen Hammer-Power-Up oder sowas. Also weiß ich nicht. Oh, nein, das ist einfach nur Deko. Und du? Nichts? Okay. So, da haben wir den letzten Blaustern. Nein! Den haben wir nicht. Will was? Oh, da fliegen wir aus der Welt raus. Wollen wir das? Ja, komm. Flieg mal kurz aus der Welt raus. Stimmen wir mal kurz. Oh, nein. Ich bin tot. Ich mach das jetzt nur, weil ich eigentlich einen Blaustern haben wollte. Also, ich spawne erst hier. Ja, komm. Machen wir das Level schnell zu Ende. Gib kurz her hier. Ui. Aber ich finde das Spiel bisher eigentlich ganz cool, auch wenn es vielleicht ein wenig nach einem stinknormalen Mobile-Game aussieht, was aus irgendeinem Grund auf Steam geportet wurde. Mag es mal vielleicht sein, aber ich fand es trotzdem cool. Okay. Lass mich. Ja, nice. Dance, dance, stable. We did it. We did it. Glückwunsch. We did it. We did it. Yeah. Yeah, we did it. Nice. Ja, weiter geht's. Bist du auf jeden Fall ganz lustig? Das brauche ich mal eine Maus wieder. Was ist das? Ach so, das ist der Trailer. Es gibt sechs Welten. Uh. Fünf Welten und eine Geheimwelt. Uh. Wie gesagt, 100%. Und hier gibt es noch S-Level und A, B oder sowas. Oh, gosh. Welt 1. Können wir jetzt das freischalten? BAM! Ich muss gedrückt halten kurz. Ganz kurz gedrückt halten. Okay. Mit Schwung und Elan. Das war's. Das auf ins Abenteuer. Und jetzt mit Schwung und Elan. Elan. Ich bin's wieder eure Elan. Sorry. Was gibt's da? Okay, will ich nicht hinspringen. Nicht, dass ich sterbe. Na, du Vogel. Ich hab das Gefühl, der Vogel will immer was von mir. Wie ein Mörder neigt irgendwie. Ich sag, hä, ich kann hochspringen? Hä, ich konnte nicht grad hochspringen. Na ja, egal. Ich hab so einen Power-Up. Gibt's kein anderes Power-Up? Ich weiß es nicht. Niemand von euch wird das Spiel kennen, denk ich mal. Und boom. Ich weiß grad auch gar nicht, wie viel das jetzt im Winter-Stay momentan kostet. Das kann ich grad auch nicht sagen. Heute da am 31. Alter. Silvester. Hey. Verdammt. Ich wollte eigentlich heute Silvester feiern, aber nö. Meine Eltern so, nö. Kein Bock dieses Jahr. Du musst jetzt mit uns spielen. Irgendwas. Und mit zugucken und langweilen. Und ich kann heute nicht lange am PC bleiben. Ja. Aber hey. Ich hoffe, ihr habt euch gefällt das Spiel. Was haben wir jetzt? Ah, und ich. Din, 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 din. Unbesiegbar. Din, din, din. Ah, ja, gut. Hätte ich das gewusst, hätte ich das natürlich gemacht. Das hätte ich, sonst hätte ich mein Atom nicht verloren. Aber hier kriegen wir es ja wieder. Ah, nee, warte. Das ist was Checkmate. Stimmt. Ist was anderes. Hier? Ja, im Geschenk. Oh, ne Biene. Was haben wir jetzt eine Wespe? Weil Wespen sind doof. Aber es ist mehr als eine Biene, finde ich. Wespen sind ein bisschen kleiner. Na egal. Wie auch immer. Sind böse. Böse Menschen. Böse Lebewesen mögen wir nicht. Machen wir kaputt. Hauen wir kaputt. Bam. Ah, den Stein. Gibt es bestimmt noch was cooles drin. Ah, ein Coin. Nice. Checkpoint. Warte, gibt es da nicht was? Oh, lieber nicht, als ich da hinsprich, so sterbe ich noch. Hui. Blum, blum, blum. Boing. 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 Okay. Die Schilder hier kenne ich vom Trailer. Und boing. Und hier kriegen wir nochmal das gleiche Power-Up. Oh, ne, warte, jetzt können wir das genau. So, dann dachte ich gerade, wir hätten das schon. Na ja, egal. Tum, bum, 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 bum. Tum, bum, 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 bum. Äh, okay. Ich habe nur gar nachgeguckt, wie lange schon aufnehme. Boing. Also mehr macht das Spiel wirklich Spaß, aber wo ist der zweite Stern? Und wie lange ist das Level bitte im Vergleich zum ersten? Das ist entweder das Level ist lang oder das erste Level war kurz. Ja. Boing. Äh, hier ist nichts. Okay. Oh, Coins, nice. 160 FPS. Und HD Graphics. Nice, okay. Ich würde sagen, Full HD, aber ist er nicht. Wozu auch? Nutze ich irgendwie nicht. Bam, was ist das jetzt? Hä? Was war das? Okay. Just accepted. Aber manchmal sind hier so... Ich komme ganz langsam noch da, aber ganz schnell noch da. Keine Ahnung, irgendwie lag das. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Irgendwie ist es komisch manchmal. Tju, bam. Okay. Also komm, der zweite Stern muss doch jetzt irgendwo sein. Alter, wie viele Checkpoints. Alter. Das ist ja krass. Nein, warte, zurück. Da war der Blue... Da war... Ja. Der blaue Stern. Nein, das war der dritte. Nein, dann darf ich gleich suchen gehen, wo der zweite war. Dann ist hier das Ende des Levels wahrscheinlich. Oder? Zack. Checkpoint. Check. Zack. Boah. Alter. Heute. 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 Uh, das ist ein richtiges Trampolin. Da muss man wirklich springen, sonst kommt man nicht nach oben. Boing. 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 Irgendwas erreicht. Achso, das sind die One-Ups. Jetzt merke ich es wieder. Ja, ja, ja. Das grüne waren die One-Ups. Als ob das der grüne Blaustern war. Alter, der dritte meine ich. Der blitte... Boah, grüne Blaustern. Ja, ich kann nicht mehr reden, Alter. Das ist mich bescheuert. Als ob das der grüne... Der dritte. Der dritte, Mann! Nicht der grüne. Wir sind nicht mal für die World. Oh Gott. Ich sollte einfach mal eine Schnauze halten. Oh mein Gott. Nee, komm. Bam. 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 Gut. Gute, gute. Ganz, ganz gute. Haben wir gut gemacht. Okay. Okay. Jetzt gehen wir hier so. Das ist mal cool. Choo. 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 Und let's go. Ich hab gesagt, let's go. Pokemon, let's go. Und? Äh. Als ob das Level immer noch nicht zu Ende ist. Wie lang ist das bitte? Kann mir bitte mal jemand sagen, wie lang das Level ist? Und dann war das der dritte vorhin. Der dritte. Oh ja, dann sehen wir uns gleich wieder oder so, wenn ich den zweiten gefunden habe. Yeah, yeah, yeah. Suche nice. Backtracking. Ist doch episch, Mann. Oh, erhung scharf frei geschalten. Ich hab mal nur bei, äh, seit ich das erste Level frei, äh, durchgespielt hab, auch, ähm, und dann schief mir unterhalten, aber ich hab das ja off-screen gemacht, das erste Level. Ihr wisst Bescheid. Nein! Hier! ihr seid doch so kann ich raus aus dem level ja aber checkpoints hier trotzdem und dann hier kommen wir diese lilanen hier kommen diese lilanen plattform und dann zack zack und wir sind einfach da gegangen aber hier gibt es den blaustern ich mache ja okay nachdem wir ja auch noch ein zwei one ups oder mehr oder so damit habt habe ich das level beendet ja es nervig okay ich muss gründlicher sein ich darf nicht sofort immer weggehen alles klar es geht abwärts okay dann geht es für mich jetzt wahrscheinlich auch abwärts aber ich hoffe mit den augen und den abos geht es aufwärts das mache ich mit dem helm ja was kann ich mit dem wo es ist einfach nur ja ist halt so ein anderes gebiet hier ja was mache ich damit auch damit schon kann ich mit dem wochen jones und das fisch kann ich daraus mario games das ist ein kompletter mario fake was bist du dick da weibliches dick da kommt keine ahnung wie ich das mache mit dem wir unten gibt es irgendwas ich muss doch irgendwas mit dem machen ja ich schick das nicht hallo hallo willst du nicht irgendwie du weißt schon so ich hoffe das hat nicht mit dem stern da wahrscheinlich mit dem stern zu tun oder und da habe ich das gleich wieder neu machen wenn ich weiß wie man das mal da will ich jetzt und da springen und war es das er sagt doch ja wie war ich dich hallo mich dicht ich habe vielleicht warten bis sie irgendwas macht weil ich darf sie mich einfach nicht erwischen das rauf nahe okay keine ahnung ich kann sogar fliegen warte vielleicht muss ich hier mal was machen ich habe keine ahnung keine ahnung wie das gehen soll aber ich kann nur ganz kurz fliegen da macht das nicht mehr dann danach geht nicht mehr dann nicht schön aufpassen nicht dass hier irgendwo was so sie kann fliegen hat flügel zack 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 und zack und dankeschön für noch mal so ein flug power konnte ich mit dem anderen power up da eigentlich auch double jump machen und das ist einfach nur ein extra hier gibt es ja auch schon wieder was gibt es denn hier nein das zack zack und mir auch man ich habe das ja deko und du oh mein gott das ist der erste ok alles gut dann ist das vielleicht nur dinge ok johu was machst du das ist einfach eine plattform wirklich okay na dann das spielt leider keine controller verbindungen zumindest ging es bei mir nicht und ja es muss begrenzt mit tastatur spielen ist aber nicht gerade ist nicht so schlimm kann ich mit leben ja jetzt sagen ja auch dass man was man mit dem sachen machen kann das ist immer nicht gecheckt hat könnte ich mir zutrauen was gibt es hier unten gibt es noch eine ich muss gedrückt halten noch so da rein am besten das ist ein gold und geld es ist es nämlich voller mario irgendwie mit den ganzen elementen diese gibt nein noch nicht so sterbe ich jetzt kommt dann genau gibt es immer was in der zweite aber ich finde irgendwie auch cool dass wir so lange sind wenn ich bin dort ist es doch dann sehen wir hier aber hat vorhin gesehen ja aber da dann sieht man es jetzt da sieht man es da unten da kommt ich noch hin habe ich gerade gesehen mit der drangler distance hat ganz wenig geladen da unten da sieht man es ok 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 da hinten gibt es auch so ein portal portal in der ländlichkeit der grünste blau sterne meine ich immer mit den grünen stellen da bin zu sehr anders und mario gewohne hier solltet er sein oder ja hab ich nice die zeit geht mir aus die zeit begegnen aus nein ist egal egal die zeit geht mir aus machen wir doch kein stress ja ich sterben glaube ich aber der eine tote macht mir jetzt nicht ausgabe ich sterben biene biene schnell gut gibt es nein da rechts gibt es noch den letzten und da kann man suchen hi 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 wo ist das ziel ich weiß auch nicht wo das ziel ist ich glaube ich nicht mehr oder 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 nein die zeit ist um kann wenig kann sein dass die folge ein wenig überzogen ist aber ich werde jetzt auf jeden fall noch fertig machen kann sein dass die nächsten folgen auch etwas länger werden von dem spiel oder 30 minuten folge machen na erst mal nicht erste folge schätze ich meine sonst schaut sich das eh niemand sofort sagen gerne der nähe ist voll scheiße dauert viel zu lange das spiel okay gut oder hätte mir das ende gewesen das gibt es doch nicht so ärgerlich warte was ich darf nicht umbringen gehen oh nein der letzte stern wurde nicht gespeichert und nein das ist ja so nervig kommt ein paar coins dafür haben sowas wo ist denn dann denn stünden das bei uns business schon ein paar wir haben erst jetzt muss ich das aufnehmen 16 und fast dreistig. Oh Gott. Fangiert schon an. Nachdem ich mit dem Video fertig bin, werde ich wahrscheinlich jetzt mal offline sein. Auf meinem alten PC jetzt mal ein paar Sachen holen. Jetzt habe ich ein paar Roms und so, weil ich keinen Bock habe. Die 19... Nein, was machst du? Wir sehen uns gleich wieder am Ende. Okay, Leute. Ich bin dann jetzt gleich am Ziel. Und... Yellow Lose. Yes. Da, 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 dancing. Wir haben es geschafft. Nach einer halben Stunde. Da, da. Okay. Let's go. Uh, uh. I'm warm up. Cool. Und dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge machen wir dann hier weiter mit 1,4 Verschneidepisten. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Und ciao, ciao. Leute. fürs zus, Eram. Agora we'll do45, Junge, wir sehen uns dann Und wir sehen unsируhend. Oder überh ETL.